Ich richte jetzt nur um für dich, Digga. Bist du das eigentlich? Ich bin die Welt, Digga, wenn ich aufs Stage bin. Zeig mal was hier. Okay, 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 we're lit here, right here. Okay, we're going right here, we're going. Championship! Man, you're for real skateboard finger bottle. Mati bleibt hier. Ich glaub hier, Leute, ey, wir sehen uns in Berlin. Oder in Hamburg. Fein ist los nach Stuttgart, Internetfreunde. Drei Stunden verschlafen, Digga. Ab Mero, Digga. Ach ja, hier, finally, Jungs. Habt das ja eben noch gesehen. Aber heute ist eben nur ein Chill-Tag in Schuhe. Wir fahren jetzt acht Stunden Auto, Digga. Heute ist der sau für knabbered Chile. Aber nicht sau für Alkohol, sondern sau für nur Chile. Bei der Internetfreunde ist was gedacht. Ich hatte doch schon in irgendeinem Blog gesagt, Digga, dass wir die Tour ganz vorig spielen. Und zwar sind wir jetzt wieder im Little Kids Tour Mode. Ihr habt die letzten Vlogs den Nightliner gesehen. Das ist fast das Gleiche. Das ist der Neue. Das ist fast das Gleiche. Beziehungsweise, das ist einfach das Alte, Digga. Heißt, ab jetzt ist die Tour wieder im roten Bus sitzen und im Hotel schlafen. Was ich nicht so schlimm finde, also ist mit den Hotels, Digga. Ich finde es auch besser, ja. Ist ja nice, Digga. Aber der Nightliner war schon sehr schön. Vermisst dich, Busfahrer, Digga. Shout out, my friend. If you see that. If you see that, man, you were a cool Busfahrer, man. Yeah, for real. And we got it here, right? DJ Free Throw. Dann haben wir hier Alec aus dem Ghetto. Da vorne sitzt Dominic von der Schanze. Da vorne ist David von den Benz-Baracken. Wir sind alle am Start. Leute, Alter. Wir sind angekommen, Alter. War Off-Day, Digga. Ich bin totdrunk. Obwohl Off-Day war, Digga. Ihnen Vollspaß, die Jungs. Nach der Tour machen wir miese Unterdosierung, miese T-Look. Nicht wir, nicht wir. Ey, hier. Sieht man jetzt alle gerade? Man sieht alle, jeden. Du mein Alex? Alex sieht man. Oh nein. Da werde ich ganz staut. Ich bin tot. Zeig mal. Boah. Ey. Stuttgart, Digga. Stuttgart, Digga. Stuttgart, Stuttgart. Stuttgart, morgen sehen wir uns und dann machen wir richtig eklige Moves, Digga. Ich meine von Amerika nach Deutschland. Habt ihr Durst mitgebracht? Wir haben Durst mitgebracht. Hast du Durst hergebracht? Ich hab Durst hergebracht für die Jungs. Mach mal hier ein bisschen Platz für den Auto. Ja, Jungs, ne? Dann genieß mal hier ein. Genieß mal ein hier, ne? Wie kriegen wir diese Scheißkissen? Kennst du diese kleinen Hennessy Flaschen und so? Oder diese kleinen Alkoholflaschen, so Robert Schopf und so? Kennst du die? Ey, Leute. Hören wir einfach nicht zu ihr. Ey, Leute. Sorry. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo. Es standen gerade immer so zwei Omas, dann habe ich die ganze gestalkt, als ich geraucht habe. Ich rauche diese Dinge, die mir angeholt werden, vielleicht die Bonne suchen. Wir fahren jetzt in die Stadt, Leute. Shopping some bit, a little bit. Eventuell auch nichts, aber vielleicht schon. Wir gucken. Und dann fahren wir zur Venue und... Werfe Sevi und Heini und Schönen und Sippen und so. Und dann kennt ihr den Scheiß, Mann. Leute, wir haben hier. Jacket, Dragsuit, Gretel. Wir haben Ferragamo gekauft. Ich habe mir ein neues T-Shirt gekauft vom Vetements, was ich heute Abend auf Bühne tragen würde. Werde. Ich habe eine verfickte Sonnenbrille, weil wir fressen nachher Shroomies. Wir haben richtig krasse Sonnenbrillen geholt. Wir haben uns alle Sonnenbrillen geholt, damit nachher auf Bühne nicht wieder so aussieht. Und wir haben einfach mir eine verfickte Ice-Out Balenciaga-Brille geholt. Ihr seht euch gleich im nächsten Cut. Ey, ich nehme die Skater auf, schnell. Oh, der ist die Ball. Du flip! Du flip, Bro! Du flip! Du flip! Du flip! Okay, dann nicht. 36 Grad und es wird noch heißer. Mach den Beat nie wieder leiser. 36 Grad, Kevo braucht Ventilator. Sein Leben kommt ziemlich hart vor. Okay, okay. Okay. Alec, hast du noch einen? Wenn du schon auf den Mund fallen musst, warum dann nicht auf meinen? Oh, bitte gib mir nur einen. Bitte gib mir nur einen. Oh, jetzt, Kevo, hast du noch einen am Start? Hast du noch einen? David? Ne, leider nicht, Bro. Okay, ähm, ich auch nicht. Da haben sich die Brillen ja gelohnt, Alter, Leute. Da haben sich die Brillen ja gelohnt, Alter, Leute. Da haben sich die Brillen ja gelohnt. Der Typ klaut einfach so richtig tief hier, Leute. Wenn die Pilze nachher scheppern, sieht das keiner onstage, weil... Ey, das ist ja immer noch krass. Es ist krass. Was habt ihr, Leute? Ich sag, das ist so krass. Kost und Savi angekommen. Heini und Savi angekommen. Wow. Banana. Banana Brain. Okay, jetzt geht's mal. Hey, ich soll den performen... Das ist ganz wild, Alter! Hey, ey, ey, ey! Ey, ey, ey! Aber ich kann nicht zeigen, was drin ist, leider. 40.000 Euro in Cash. Bro, das ist meine Cash-Bag. Das ist crazy dafür. Da ist die Gage drin, Leute. Das ist crazy dafür. Da sind vier Zenex drin. Das ist die Gage gewesen. Teil der Pebe von den Toten, Digga. Ei, ei, ei. Alles gut. Oh, die Leute sind da. Da ist Time-Auf. Was wollen wir verunschneiden? Lass den Kühlschneiden. Ey, sieht man mich so? Ja, ich sag schon, ne? Ja, ich sag schon, ne? Ja, ich sag schon. Ja, ich sag schon. Halt' aber in meinem Haul. Stuttgart, ich will mich jetzt schon mal entschuldigen. Was hab ich schon öfters gesagt? Im Vlogs vor Schoß. Letztes Jahr war es so. Letztes Jahr auf Ritgerts Tour war es Hannover. Dieses Jahr auf Laiense Highway Tour ist in Stuttgart. Sag's vielleicht nicht so ausführlich unbedingt so. Weißt du? Ich hab ne Menge Pilze gefressen, Digga. Wir werden ne lustige Show haben, dass... Champignions. Champignions, ja. Mantis movement 90. Mach die Diefen von dir. Nicht von den 90. Ja, hab ich ja immer ganz nur Freitager. Ja, und am Ende ist es hier morgen an, steht zwei, Digga. To in Light, ey. Nur der Lied ist halt, ich nehme, ich heiße, es ist kein Wind. Und die Lied, und die Lied hat auch immer zu sein, Und die neuen Heimplast. To in Light, ey. Du bist in Kohle Eisface, ey. To in Light, Gegger, komm, ich bin nicht nur alleine. Ja, ich will nur die Steine, ey. Ich hab keine Zeit, nur noch die noch Zeit. Komm, wir sagen, ich sag schon, wir sind nur diese Fvy-K. Das war der perfekte Einkauf Und jetzt werden wir komplett die Nerven